Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Luminar 3 Video hier auf meinem Kanal. Nachdem ich euch im letzten Video die Verlaufsmaske vorgestellt habe, will ich heute über den Filter anpassbarer Verlauf sprechen. Dieser Filter erzeugt ähnliche Ergebnisse wie die Verlaufsmaske, man ist aber deutlich eingeschränkter. Viel Spaß mit dem Video! Wenn du mehr zum Thema Bildbearbeitung sehen möchtest, dann abonnier doch einfach den Kanal. Hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Bildbearbeitung. Den Filter anpassbarer Verlauf finde ich, wenn ich hier oben auf meine Filterliste klicke, bei den Werkzeugen und dann gleich der erste anpassbarer Verlauf. Den werde ich mir jetzt mal hier drüben in meinen Arbeitsbereich hineinladen und dann werden wir uns den Filter einfach mal etwas genauer anschauen. Das erste, was bei diesem Filter jetzt auffällt, ist, dass wir hier zwischen zwei Ebenen hin und her wechseln können. Wir haben einmal die Möglichkeit, den oberen Bereich des Bildes anzupassen und wenn wir hier drauf klicken, den unteren Bereich. Außerdem stehen uns die Regler Belichtung, Kontrast, Dynamik und Farbtemperatur zur Auswahl. Und das sowohl in dem unteren Bereich als auch hier im oberen Bereich. Wenn ich jetzt hier unten auf Ausrichtung klicke, dann werdet ihr sehen, bekomme ich wieder eine Verlaufsmaske, nichts anderes. Und ihr seht, hier ist die Grenze zwischen oberen Bereich und unteren Bereich. Und die kann ich jetzt, wie ich Lust und Laune habe, auch verschieben. Das heißt, ich kann hier selbst entscheiden, wo möchte ich jetzt meinen oberen Bereich enden lassen oder meinen unteren Bereich anfangen lassen. Dafür muss ich einfach nur hier auf diesen Kreis gehen. Ihr seht, aus meiner Pfeiltaste wird jetzt eine Hand und kann dann mit gedrückter Maustaste hier meinen Verlauf an meine gewünschte Position schieben. Ich kann das Ganze auch, wenn ich hier drauf gehe, drehen. Dann wird das Ganze hier zu einem Pfeil. Dann kann ich hier eine Diagonale erstellen, nach rechts, nach links, wie ich das möchte. Hier habe ich also auch die Möglichkeit, deutlich Anpassungen durchzuführen. Ich habe dann hier oben auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu mischen. Das heißt, ich kann hier auch eine harte Kante aus dem Ganzen machen. Ich habe hier die Möglichkeit zu sehen, wie habe ich hier in der Horizontalen verschoben. In der Vertikalen verschoben, habe ich hier eine Drehung durchgeführt. Auch das wird mir hier angezeigt. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich das Ganze auch hier über einen Schieberegler machen. Das Ganze geht auch hier oder hier. Und sollte ich mit meinen Einstellungen unzufrieden sein und möchte gerne von vorne anfangen, dann kann ich hier drüben auf Zurücksetzen gehen. Dann wird das Ganze wieder in die Ursprungsform gestellt und du kannst dann von vorne anfangen. Ich möchte das aber jetzt in dieser Form einmal so lassen und möchte meine Anpassungen jetzt so vornehmen. Hier möchte ich jetzt den oberen Bereich etwas abdunkeln. Dafür werde ich die Belichtung herabsetzen auf etwa einen Wert von 20. Den Kontrast werde ich anheben. Dadurch bekomme ich etwas mehr Struktur in den Wolken und auch in den Bäumen. Hier nehme ich einen Wert. Ja, 16 habe ich jetzt eingestellt. Das reicht. Dann möchte ich hier auch die Dynamik anheben. Dadurch möchte ich hier oben im Himmel etwas mehr Blau erzeugen. Ihr seht, wenn ich den hochziehe auf 20, bekomme ich deutlich mehr Blau in den Himmel und die Farbtemperatur möchte ich etwas ins Wärmere ziehen, weil ich halt hier auch die Wolken nicht ganz so blau darstellen möchte. Den Himmel selber ja, aber nicht die Wolken. Deshalb hier werde ich gucken, dass das in einem halbwegs gescheiten Wert ausschaut. Eventuell werde ich die Dynamik nochmal nachziehen, um zu gucken, dass das mir gut gefällt. Und so würde ich sagen, kann man den oberen Bereich mal lassen. Ich werde das jetzt einmal ausblenden. Dann seht ihr, wie es vorher ausgesehen hat. So bin ich gestartet. Und da bin ich jetzt gelandet. Das gefällt mir persönlich schon recht gut. Das können wir erstmal so lassen. Dann können wir uns jetzt einmal um den unteren Bereich kümmern. Auch hier seht ihr, kann ich das alles wieder einstellen, wie ich das eben schon gemacht habe. Ich werde das aber auf der Mitte lassen. Denn diese Anpassung ist unabhängig von oben und unten. Das heißt, wenn du das hier einmal irgendwo bewegt hast, dann ist das sowohl in dem oberen Bereich als auch in dem unteren Bereich so eingestellt. Den unteren Bereich möchte ich etwas aufhellen, möchte das Grün etwas saftiger wirken lassen und möchte auch hier im Wasser etwas mehr Blau haben. Das kann ich machen, indem ich dann hier einmal die Belichtung aufhelle. Ich nehme da so einen Wert. Ja, hier passt auch wieder der Wert 16 oder 15. Das gefällt mir ganz gut. Gut, den Kontrast können wir hier auch leicht anheben. Das brauchen wir nicht ganz so viel hier zu machen. Die Dynamik wird jetzt das Grün verstärken. Ja, das gefällt mir so schon recht gut. Und um das Wasser jetzt noch so ein bisschen ins Bläuliche zu bekommen, werden wir einfach die Farbtemperatur kühler gestalten. Wir müssen da aber vorsichtig sein, denn wenn ich das zu weit rüberziehe, wirkt sich das auch auf mein Gras aus. Und das möchte ich ja nicht. Deshalb würde ich sagen, hier können wir mit einem Wert zwischen 20 und 25 arbeiten. Das gefällt mir recht gut. Ja, jetzt kann ich euch den Filter nochmal ausblenden. Dann seht ihr das Bild, wie es ausgesehen hat, bevor wir den anpassbaren Verlauf angewendet haben. Da sind wir gestartet. Da sind wir gelandet. Und ich muss sagen, der anpassbare Verlauf hat eine ähnliche Wirkung wie die Verlaufsmaske. Allerdings sind wir hier etwas beschränkt in Form von, ja, wir haben halt nur die Möglichkeit, die Belichtung, den Kontrast, die Dynamik und die Farbtemperatur anzupassen. Natürlich können wir hier auch noch einstellen, in welchem Bereich wir unsere Anpassungen vornehmen wollen. Aber mit der Verlaufsmaske haben wir halt die Möglichkeit, alle Filter, die wir zur Verfügung haben, anwenden zu können. Ich sage mal, es ist eine gute Alternative, der anpassbare Verlauf. Aber wenn man die Kontrolle selber haben möchte, über das, was im Bild passiert, dann würde ich hier eher zur Verlaufsmaske greifen und den anpassbaren Verlauf würde ich, wenn es schnell gehen soll, nutzen. Ja, zum Ende des Videos wie immer eine kurze Frage. Was nutzt du eher? Den Verlaufsfilter oder die Verlaufsmaske oder den Filter anpassbarer Verlauf? Das schreibt mir nochmal unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und du einige nützliche Tipps oder neue Informationen für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du eine Information darüber. Bist du jetzt auf das Programm aufmerksam geworden, hast Geschmack daran gefunden, möchtest auch mal damit arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür, wenn du über meinen Link das Programm kaufst. Außerdem gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode bekommst du 10 Euro Rabatt. Auch das ist in der Videobeschreibung nochmal erläutert. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!